Recht herzlich willkommen zur 186. Folge von Simotrans. Wir haben wieder aufgenommen hier das Spiel und zwar hatten wir ja letztes Mal geschaut, ob das hier alles Sinn macht. Diese ganzen Linie hier, Floto fährt als erstes los. Fenster hatten wir ja letztes Mal noch offen gehabt zwar, aber... Ja, auf jeden Fall. So, dann ist das der zweite Zug. Sehen wir jetzt hier. Wie hat es so klappt. Er ist gerade im Bahnhof, fährt jetzt los. Da kommen wir den Kontrahenten mit der 384, der immer voll ist. Das ist der dritte. Das ist der vierte. Und dann haben wir noch einen, der zum Kindergarten fährt. Beziehungsweise gerade davon wegfährt. So. Das sind die jetzt alle. Er macht hier die Miesen. Ist sogar nur ein Waggon dran. Also ein Triebwagen ohne Anhänger. Diese hier sind voll. Dieser nicht. Der fährt aber wahrscheinlich die schwarze Null wenigstens ein. Der ist auch voll. Also die beiden sind jetzt die, die Schwierigkeiten machen. Michael Friedrich hat da reingeschrieben, dass er die Strecke zweigleisig ausbauen würde und definitiv dann, sag schon, zwei Züge wenigstens fahren lassen würde. Und dann würde das auch klappen. Das ist jetzt so der Gedanke. Ja. Könnte man machen, ne? Könnte man. Jetzt habe ich das alle so schön gemacht, ne? Und dann sollen wir das umstoßen? Ich weiß nicht. Wir müssen aber auch ein bisschen, wir haben in der letzten Folge noch gesehen, dass hier unten zum Beispiel ganz viele Fahrgäste zum Rathaus wollen, ne? von diesem Bahnhof aus, ne? 1347 jetzt. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Helmgasse. Wo ist denn die Helmgasse? Das Rathaus ist hier. Was machen wir da? Helmgasse. Ich würde jetzt erstmal einen Bus da drauf machen, der einfach nur sag schon die Strecke fährt. Vom Bahnhof zum Rathaus, dass wir die Zahl erstmal abbauen. Also neue Linie. Das ist eine Buslinie. Und die geht von hier zum Rathaus. Wo ist die Haltestelle? Da, ne? Jetzt ist die Frage, wie viel stehen hier? Zum Kindergarten wohl nur 73, ne? sich der dann rechnet, ist dann wieder die nächste Frage, ne? Müsste man gucken, dass man ihn dann rausnimmt aus der anderen Strecke. wieder lauter. Oder lauter. Rathaus. Bahnhof. So. Gehört auch zu den Stadtbussen eigentlich, ne? Machen wir mal Stadtbus da hin. Und dann gucken wir zu, dass wir erstmal da ein Fahrzeug drauf kriegen. Ich glaube, da müssen wir hoch nach Flotho, ne? Da war das Depot. Und zwar 68 Fahrgäste. Den. Und statt Bus lauter Rathaus da starten. Dann stellt sich die Frage, ob man das andere einfach weg nimmt. Aus der anderen Linie raus, ne? Das müsste ja lauter Ost sein, wo das Rathaus und der Kindergarten vorne vorkommen, ne? Zum Kindergarten wird ja immer gefahren, nur nicht zum Kindergarten ist der Umschlagplatz. Dann würde ich ganz einfach da das Rathaus rausnehmen, ne? Weil da haben wir ja den Extrabus. So. Da fuhren auch schon zwei drauf. Sonst sind wir hier falsch. Da ist es. So, er fährt jetzt hier. Die beiden fahren jetzt sozusagen das Rathaus nicht mehr an. Ja. Ist voll, ist voll. Und wo ist jetzt der, der noch unterwegs ist hier? Den haben wir jetzt gar nicht dran, ne? Da nicht angeklickt. Das war der dann. So, optimieren wir das da erstmal mit dem. So, 104, 104. 7.280. Jetzt kommt da an. Jetzt müssen wir die Zahlen mal nehmen. 7.444. Und der fährt jetzt weiter. Er hat hier mindestens 500 Minus gemacht. Ich weiß nicht, wie es vorhin hier war. Regionalbahn, Sonderhausen, Lauter. Wenn wir die beiden zusammen machen, ob das was bringt, als Einzug. Wäre eine Idee, ne? Dann fährt er ein weiter noch. Dann laußen hier Straße. Er fährt jetzt Rosenweg, kommt dann zu hier Straße und fährt dann noch zu dem zweiten Halt. Hm. Überlegung wert, ne? Die Häufigkeit, ist jetzt die Frage, ändert sich das dadurch? Kommt seltener an, während es weniger Fahrgäste oder mehr oder weiter durchfährt. Gute Frage, ne? Es ist zu wenig drin hier. Die Linie ändern hier. Um das zu erweitern, wo fährt er hin? Haben wir jetzt gleich, ne? Hier schweig ist es nicht, sondern lauter Sonnenwindgasse. Obers Gleis hinzufügen, passt. Ihn hier nicht laden und dann zum Depot schicken, oder? Müsste ja geben, da unten war das Depot doch auch, ne? Ohne? Passt wahrscheinlich gleich hier wieder. Passt wahrscheinlich gleich hier wieder. Und er darf jetzt den... Warte mal, Sonnenwindgasse, da müssen wir doch nochmal dran, ne? Da müssen wir natürlich nochmal zum Hirschstraße, da unten runter, ne? Oder? Ja. So, er geht jetzt ins Depot. Kommt hoffentlich noch vorher. Ja, zum Glück. Und hier an der Linie müssen wir nochmal basteln. Da muss der halt nochmal rein, ne? Rosenbegirsch, Sonnenwindgirsch und dann geht's wieder zum Rosenbeg. Genauso wollen wir's haben. So, passt. Er hat jetzt schon 104 geladen. Er nimmt jetzt ein Teilstück wahrscheinlich von dem da oben, ja? Kann das sein? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der jetzt hier voll. Und der ist immer noch voll. Machen wir den Bahnhof hier dann auf. Jetzt habe ich noch einen Halt irgendwie eingefügt, das wollte ich ja gar nicht. War hier noch drinnen. Ne, nicht einfügen, löschen. Wieso ist denn das noch offen, das Fenster? Das ist aber doof. Aber er fährt, glaube ich, trotzdem noch die richtige Strecke. Wieso fährt er jetzt mit 0? Okay. Er hat 104. Okay. Wird spannend, warum er 0 hat. Okay. War da niemand mehr, der da runter will? Weil der Große das alles mitnimmt, oder? Wohl lauter Sonnenwindgasse, das macht sowieso der Große. Roto, Römerstraße. Hier stehen so viele. Ich glaube, wir haben noch ein ganz anderes Problem. Der Michael hat wohl recht mit zwei gleisigen Züge und die fahren da alle durch. Macht anders keinen Sinn. Er fährt voll zurück. Er fährt hier auch voll zurück. Zurzeit sieht es top aus mit Auslastung. Bei dem hier ist jetzt die Frage, ob da überhaupt noch einer so nach Hause will von da oben. Könnte aber jetzt reiner Zufall gewesen sein, dass der die alle mitgenommen hat. Aber er ist gar nicht mal voll jetzt. Ja, ich glaube, wir machen das, was der Michael gesagt hat, zweigleisig ausbauen und dann geht's voran. So, R ist gleich ganz interessant noch zu sehen. Hier stehen nämlich auch viel zu viele. Da müssen wir mehr machen. Mal bei der Karl-Marx-Straße. Das ist der hier. Der fährt auch nicht genug. Ne, der Erste ist es. Da reicht's auch nicht. Ja, ich glaube, die letzte Stunde hat geschlagen für diese Züge, die hier unten angezeigt werden. So, er fährt tatsächlich mit 104 jetzt aber wieder zurück. Warum der eben leer war, keine Ahnung. Also, wir haben hier viel zu viele Fahrgäste stehen. Das muss sich ändern. Das bedeutet, wir machen das so, dass wir die alle runternehmen. Gucken zu, dass wir den Großen umarbeiten. Der muss dann wieder überall anhalten, muss auch überall durchfahren. Wir müssen aber erst mal die Gleise dafür vorbereiten. Weil Waldeck wird noch eingleisig angefahren, oder? Ja, doch teilweise. Okay, dann müssen wir das zweite Gleis hier unten runterher machen. Was macht unser Bus hier? Der wird ja immer voll sein, ne? Aber fährt nicht plus ein, weil er in die eine Richtung zu wenig fährt. Das ist halt so. Ja, müssen wir schauen. Aber der hat eine weite Anreise, die hat er ja auch gehabt. Da müssen wir auch noch abwarten, ne? Ist er das überhaupt? Das ist, ja. Also Linie Ost. Die fahren auf jeden Fall. Gut, der ist ins Depot, ist klar. So, hier haben wir... So, hier haben wir... Er fährt jetzt hier die 68 zum Rathaus. In der Zeit können wir jetzt mal hier Gleise bauen. Das machen wir mal so. Ziehen das weiter, bis dahin. Das passt dann. Bahnhof ist hier eingleisig. Kann auch eingleisig erst mal bleiben, denke ich. Hier müssen wir noch so machen, dass die nebeneinander herkommen. Obwohl mir das hier irgendwie gerade nicht so gefällt. Ah, super. Das hat gut geklappt. Jetzt sieht es besser aus. Ohne Route. Die hast du gleich wieder. Keine Sorgen. Ne, 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 ne. Da wollte ich hin. So, jetzt hast du wieder deine Route. Gut. Das heißt... Ja, wir müssen noch mal in das Tool rein... Gleise sollen verschwinden. Und zwar von da nach da. Das passt schon. Dies gefällt mir jetzt nicht so ganz. Weil das sollte jetzt so auch irgendwie weg. Aber... Passte so nicht. Achso, okay. Ja, komm, dann bleibt das da halt so. Geht da nicht anders wohl. Und... Da sind wir gleich soweit durch. Wir müssen... Überholen müssen die ja nicht. Wenn wir da... Das machen wir mal gerade auch weg. Also weg nicht, sondern besser. Hier... Waren die alle durch. Okay, das muss wohl schnelleres Gleis da sein. Hier ist gut. Bis zum Kindergarten geht's nicht. Hier ist schon bebaut. Doof, ne? Machen wir... Zweites Gleis hier lang. Obwohl, das letzte Stück muss ja nicht unbedingt sein, ne? Könnten aber auf jeden Fall bis dahin ziehen. Dann ist er noch ein bisschen näher. Dann passt das erstmal. Hier... Bleibt das so, wegen dem Vlogschuppen. Und dann würde ich jetzt... Sagen, machen wir erst eine Pause. Nächstes Mal werden wir dann gucken, dass wir... Eine neue Linie aufbauen. Wo wir... Dann definitiv hier... Die Halte passend setzen. Einmal links. Und dann einmal rechts auf dem Rückweg. Und dann werden wir die... Die langfahren lassen, ne? Die großen Züge... Machen wir dann mehrere. Gut. Okay. Er fährt... Ja, ich glaube, er kommt aber doch ins Plus. Das ist die weite Anreise gewesen. Das sieht so aus, als ob es sich abbaut. Dann passt das schon noch. Alles klar. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht euch die Glocke an. Kriegt dann mit, wann das nächste Video hochgeladen wird. Ja, und dann Kommentare gerne. Und herzlich willkommen. Schreibt sie rein. Guckt, ob da noch bessere Ideen sind, die ihr habt. So, der Michael macht das ja schon. Eifert dem mal nach. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.